Geschäfte sind jetzt verfügbar und werden auf der Karte angezeigt. Begib dich zu einem Bekleidungsgeschäft. Friseursalon, Bekleidungsgeschäft, Tattoo-Studio, Maskenladen. Also ein Bekleidungsladen wäre schon mal sehr schön, wenn wir den finden würden. Um Geschäfte zu finden, kannst du durch zweimaliges Drücken von das Radar vergrößern. Ja, genau. Okay, fahren wir mal zum Kleidungsladen. Wir sind jetzt also oben auf. Wir haben 5.100 Bar und 7.700 in... Geld, das du verdienst, war deine Brieftasche. Oben rechts kannst du sehen, wie viel Bargeld du bei dir hast. Einiges davon verlierst du, wenn du stirbst. Andere Spieler können es dann stehlen. Das wollen wir aber nicht, dass die mein Bargeld stehlen. So, hier ist ein Kleidungsgeschäft. Du kannst dein Geld zur Bank bringen, um es sicher zu verwahren. Ein Geldautomaten kannst du es einzahlen und dir deinen Kontostand ansehen. So, besorgen wir uns erstmal neue Klamotten. Kauf etwas zum Anziehen. Ein Respawn an anderer Stelle ist möglich, wenn du mit der Zinsmenü dich selbst umbringen willst. Na gut, ich will eigentlich zu dem edlen Klamotten laden. Aber die kann ich wahrscheinlich noch gar nicht kaufen, deswegen... Oberteile, mal schauen. Sakkos. Ah doch, ich darf ein schwarzes Sportsakko, darf ich schon... Warte mal, will ich das offen haben oder will ich es zu haben? Offen. Ist aber teuer, ne? So, jetzt muss ich weiter. Ich muss ja jetzt zu Hemden oder sowas. Aber das ist auch bei Oberteilen wahrscheinlich, ne? Hemden. Weiß. Reingesteckt, ja. Und wo finde ich jetzt noch, ähm... Wo finde ich jetzt noch eine Krawatte? Habt ihr sowas hier? Wahrscheinlich ja nicht. Aber in GTA Online versucht man ja so ein bisschen... einen Charakter zu haben, der einem... ein bisschen... Ah, warte mal, Brillen. Der einem so ein bisschen ähnelt. Deswegen will ich natürlich eigentlich... Oh, wie viele Sachen es hier gibt. Ist ja Hammer. Will ich natürlich eigentlich, dass der meinen Kleidungsstil so ein bisschen teilt. Weswegen der jetzt auch einen Anzug ankriegt natürlich. Wobei ich nie eine Brille trage. Aber ich hätte trotzdem vielleicht Lust, wenn ich eine schöne finde. Hipster-Brille, jawoll. Yeah, Hipster-Brille. Ach du Scheiße. Was? 5.500 Dollar für eine Brille? Aber das gibt ja richtig viel alleine an Brillen. Also das ist schon krass. Oder will ich gar keine Brille? Aber eigentlich hätte es schon was, ne? Ich weiß nicht. So eine schwarze einfach. Stank-Sonnen-Brille oder... Ich meine, ich habe ja jetzt schon eine Piloten-Brille an. Können wir eigentlich auch erstmal lassen. Wir müssen ja erstmal nicht so viel Geld für raushauen. Wie wäre es denn mit Krawatten? Wie ist das denn? Da habt ihr wahrscheinlich ja nicht hier, ne? Accessoires? Moment. Accessoires sind gut. Oh mein Gott. Krawatten! Yay! Gefunden! Ah, ich darf nur so eine oder so eine. Oder gar keine. Dann nehme ich erstmal, glaube ich, sogar gar keine. Und Uhren? Moment, da sehen wir das Uhren. Schwarze, weiße LED, schwarzes Armband. Nehmen wir mal die mit. So. Was? Wieso hat der denn jetzt den Anzug ausgezogen? Ach, Jung. Wieso hat der denn jetzt plötzlich komplett andere Sachen an? Nur weil ich da eine Uhr anziehe. Was soll das denn? Ich kann es auch loser anziehen. Dann sehen wir noch ein bisschen legerer aus. Nicht so streng. Machen wir das erstmal so. Später können wir dann immer noch... So, und jetzt muss ich mich wieder umziehen. Nur weil er die Sachen ausgezogen hat. Da sind Hosen. Ne, ich will Hosen. Da drunter das. Oberteile, Oberteile, Hosen. Okay, das ist keine von denen. Achso, doch, die habe ich schon an. Schiefergraue Hose. Und jetzt, äh, was ist mit Schuhen? Schuhen, weil die passen gerade gar nicht. Ich brauche schwarze Schuhe dann. Ja, ganz schwarze Oxfords. Die habe ich auch immer in der Story angehabt. So, dann bin ich soweit erstmal fertig. Das reicht mir. Ein legerer Killer. Okay, im Interaktionsmenü kannst du zwischen Brillen, Hüten und so weiter... Halte das gedrückt um. So, jetzt kann ich... Achso, jetzt kann ich im Interaktionsmenü Sachen machen. Ein GPS einstellen. Oder jetzt den Meta schauen. Da sehe ich zum Beispiel mein Bargeld, Brille, Hut und so weiter. Da kann ich alles... Einstellen. Aktion, rauchen. Achso, die Aktion machen wir mal auf Stinkefinger. Laune, glücklich. Passivmodus aktivieren. Damit kann nicht keiner mehr angreifen und so weiter. Aber das ist ja ganz schick. Führe deine Schnellaktion aus, indem du L3 und R3 gedrückt hältst. Ändere deine Wahl im Schnellaktion um die Option des... Achso, das ist jetzt der Stinkefinger. Ja. Auf dem Spezialfähigkeiten-Dings. Okay, damit sind wir jetzt in GTA Online. Haben Klamotten gekauft, haben ein schickes Auto. Und unser Handy klingelt. Klammer. Ja, dann, was los? Ja. Joa, wär ich dabei. Wo muss ich hin? Der trifft mich beim Laden. Halt ja, um die Einladung schnell anzunehmen. Vielleicht will ich aber auch einfach da hinfahren. Ich will da gar nicht das schnell annehmen. Muss ich aber. Na gut, dann... Du hast einen Job von Lamar angenommen. Gib dich zum Laden. Achso, doch. Ich muss doch hinfahren. Okay. Ich dachte, schnell annehmen heißt sowas wie, ich werde da automatisch hingeportet. Aber hinfahren muss ich trotzdem noch. Das finde ich gut. Ich will ja auch meinen Wagen behalten. Hör mal. Begib dich zum Laden. Läden, die überfallen werden können, sind auf dem Radar mit diesem komischen Symbol markiert. Eine Tankstelle. Ja, haben wir auch schon selber überfallen. Läden, die... Ja, genau. Okay. Überfalle den Laden. Bedrohe den Kassierer mit einer Waffe, um die Kasse zu blindern. Mach ich gerne. Ist das Apu? Den haben wir ja schon überfallen. Hallo, Freund. Hallo, Freund, sagt er. Nächster Freund. Oh nein, wie viele Mal in einem Monat? Ich schrei über das Headset, damit der Kassierer den Geldsack schneller füllt. Ich habe aber kein Headset angeschlossen. Ich kann nicht mehr schnell gehen. Ich kann nicht mehr schneller gehen. Schneller. Das ist alle letzte Cent. Ich versuche. Was? Der schießt auf mich? Ein Fahndungslevel wird mit Hilfe von Sternen angezeigt. Ein Stern oder gar mehrere und die Polizei ist auf der Suche nach dir. Ja, dann weg. Tschüssi. Scheiß Polizei. Fuck the police. Ja, ich weiß auch, wie der Radar blinkt, wenn die Polizei mich sieht. Ich habe die Story gespielt. Deswegen haue ich auch gerade ab. Meint ihr, die finden mich hier hinten? Stimmt nicht, oder? Mal schauen. Ach ja. Typisch GTA. Aber er ist vorbeigefahren. Das finde ich gut. Und der nächste auch? Ja. Das ist weg. Wunderbar. Haben wir geschafft. Haben wir die Tankstelle erfolgreich ausgeraubt. Ich kann Geld mit anderen Spielern teilen. Will ich aber gar nicht. Inventar. Bargeld. Ermöglich es dir, einen Prozentsatz des Bargelds aus deinem letzten Job mit anderen Spielern in der Nähe zu teilen. Den möchte ich gar nicht. Danke. Snacks, die deine Gesundheit wieder auffüllen können, können in Läden in ganz Los Santos gekauft werden. Diese werden in deinem Inventar im Interaktionsmenü aufbewahrt, das du durch Halten von Select aufrufen kannst. Für einen sofortigen Gesundheitsschub können Snacks auch von toten Gegnern eingesammelt werden. Ja, noch weitere Infos für mich, oder? Okay, da ruft wieder jemand an. Samien ruft an. Hallo, mein Freund Lamar hat mir gesagt, dass du dich anrufen hast. Er sagte, dass du etwas wie ein großer Schuss bist. Nur mit einem sehr inadäqueren Stil. Vielleicht sollte du dich mit einem schönen Auto verbessern. Ich habe einen Freund bei Los Santos Customs, der dir zu helfen kann. Für sicher. Stiehle ein Fahrzeug, um es für dich zu benutzen. Das Fahrzeug steht dir auch in zukünftigen Online-Sitzungen zur Verfügung, wenn du bei Los Santos Customs einen Peilsender anbringen lässt. Begib dich zu Los Santos Customs. So, jetzt dürfte ich mir, glaube ich, ein beliebiges Auto in dieser Welt aussuchen, um es zu meinem eigenen Auto zu machen. Ja, gut, dass wir das schon haben, ne? Ganz ehrlich, ich weiß, man könnte sich jetzt auf die Suche begeben nach einem dicken Sportwagen. Aber warum denn? Ich mag diesen hier. Ich will den als meinen Wagen haben. Also fahren wir zu Los Santos Customs und lassen uns den Peilsender anbringen. Und sorgen dafür, dass das unser persönliches Auto wird. Benutze das Interaktionsmenü, um schnell eine GPS-Markierung an dem Ort. Ja, genau. Ähm, schnelles GPS. Und zwar, Moment. Ammonation, Geldautomat, Tuning-Werkstatt. Tuning-Werkstatt, ja. Wenn die Cops dich in einem gestohlenen Fahrzeug sehen, bekommst du einen Fahndungslevel. Das ist ja Blödsinn. Das hab ich gar nicht gestohlen, das fahr ich schon die ganze Zeit. Begib dich zu Los Santos Customs. Spieler erscheinen als weißer Punkt auf dem Radar. Bei Freunden wird das Symbol blau umrandet. Beim Lit-Cleanern deiner Crew wird es in der Farbe der Crew umrandet. Ruf die Pausekarte auf, um dir weitere Spieler anzeigen zu lassen. Ja, ich seh grad keinen auf der Karte. Wir fahren erstmal zu Los Santos Customs. Sie will, dass das Auto meins wird. Also bevor es irgendwie zerstört wird, sicher ist es lieber mal. Und dann wird es natürlich im Laufe der Zeit auch noch getunt werden, ne? Ist klar. So, da soll wieder eine schöne Limousine werden. Rübermacht Oracle Coupé. Yep, das ist es. Das ist mein neues Auto. Befestigst du einen Peilsender an deinem Fahrzeug erscheint jedes Mal, wenn du aussteigst, eine Markierung auf der Karte. Ja, das ist doch schön. Finde ich gut. Dann finde ich das immer wieder, mein Autor. Immer, immer wieder. Du kannst Versicherungen für Fahrzeuge abschließen. Wenn ein versichertes Fahrzeug zerstört wird, kannst du Anspruch auf ein neues Fahrzeug geltend machen. Wie teuer ist denn so eine Versicherung? Würde ich gerne machen eigentlich. Du kannst die iFruit App auf deinem Smartphone oder tapen dir runter, um dein Fahrzeug online, offline zu modifizieren. Naja, ich habe aber leider kein iApp. Deswegen brauche ich erstmal eine iFruit App für Android. Wie wäre es damit? Kaufe einen Peilsender und versichere dein Auto. Dies kannst du unter Schutz vor Diebstahl und Verlust tun. Beides ist beim ersten Besuch kostenlos. Okay. Weil mit dem ersten Auto ist das also alles gratis. Peilsender gratis. Vollkasko, gratis. So, nehmen wir. Mein Auto. Und jetzt können wir auch noch ein bisschen was dran ändern. Ich habe zwar nicht viel Geld. Ach du Scheiße, wie teuer die Sachen sind. Xenon Scheinwerfer kosten allein 5000. Die Hupen sind noch nicht mal freigeschaltet. Lass dein Fahrzeug umlackieren. Ja, das mache ich. Moment. Wo haben wir denn Lackierung? Da haben wir Lackierung. Primärfarbe. Matt. Yeah. Moment. Dann haben wir ja direkt wieder die richtige Farbe gefunden. Crew Emblem. 25.000 Dollar. Wat? Nein. Sonst irgendwas, was man tunen kann, was noch nicht allzu teuer ist? Wahrscheinlich nicht. Wenn leider die Hupen so viel kosten. Sprengstoff. Auspuff. Auch noch nicht freigeschaltet. Motor könnte ich tunen. Auch noch nicht. Das ist zu teuer. Panzerung. Fenster. Auch noch nicht freigeschaltet. Felgentyp. Ah doch, ich darf sogar ein paar Felgen ausruhen. Die sind gratis. Aber die Standardfelgen sind schon ziemlich nice. Insofern. Wobei, die sind auch geil. Darf ich denn auch die Farbe noch ändern? Ja, darf ich. Ach du Scheiße. Ach, da unten gibt es da noch neue Farben. Ganz schön viele neue Farben. Tja, machen wir die Felgen in. Gibt es nicht sowas wie grau? Schwarzer Stahl. Ja gut, nehmen wir schwarzen Stahl. Nummernschilder sind auch gratis. Da machen wir dann noch das Goldene hinten dran. Gut, ich würde sagen, das war es erstmal. Der Rest ist auch zu teuer. Den muss man auch erst freischalten. Aber da bin ich dem Schritt meiner Traumlimousine schon wieder ein bisschen... Schon wieder... Dem... Neuer Kontakt Morse Mutual Insurance. Das ist meine Versicherung, okay? Jetzt, da du eine Versicherung für dein Fahrzeug abgeschlossen hast, kannst du bei Morse Mutual Insurance anrufen, um einen Anspruch geltend zu machen, wenn dein versichertes Fahrzeug verloren geht oder gestohlen wird. Das ist schön. Und wo soll ich jetzt hin? Du kannst deine getrunken Fahrzeuge auch in Rennen verwenden. Je besser dein Fahrzeug aufgerüstet ist, desto größer deine Chance auf den Sieg. Natürlich. Dafür sind natürlich dein Sportwagen schon besser, aber ich will keinen Sportwagen. Ich will den hier. Ammonation gibt's auch. Du kannst einen anderen Spieler über das Interaktionsmenü zu einem spontanen Rennen herausfordern. Jetzt will ich mal gucken, wie das ist mit dem GPS. Ah, okay. Das Auto wird jetzt also auf der Karte angezeigt. Das kann ich also irgendwo stehen lassen und wenn's geklaut wird, dann hab ich eine Versicherung. Das ist aber schön. Die Frage ist ja auch, kann man das auch mit anderen Autos dann machen? Im Interaktionsmenü kannst du festlegen, wer dein persönliches Fahrzeug benutzen darf. Ja, nur ich natürlich. Geralt schreibt mir. Ich muss erst wissen, wie gut du schießt, bevor du etwas für mich erledigen darfst. Du ist los. Begib dich zu den Cypress Flats. Ich soll jetzt jemanden zu einem spontanen Rennen nach Cypress Flats herausfordern. Okay. Und jetzt ist das Rennen schon da oder nicht? Keine Spieler in Reichweite. Ja, dann könnte ich auch niemanden einladen. Ja, egal. Begib dich zu den Cypress Flats. So, GPS wieder angemacht. Also, ab auf den Weg. Yeah! Achtung mal ein paar Kratzer an meine neue Limousine machen. Aber Ammonation gibt es jedenfalls auch, wie ich es auf der Karte sehe. Das heißt, wir können auch wieder Waffen kaufen und so weiter. Aber wahrscheinlich müssen wir auch erst mit Rängen wieder welche freischalten, würde ich vermuten. Last Team Standing. Jobs können nur zu Fuß ausgelöst werden. Du bist jetzt auf dich gestellt, was das Auslösen von Jobs oder den Beitritt zu Jobs betrifft. Du kannst Jobs auf verschiedene Weise beginnen. Geh in blaue Markierung, wähle im Pause-Menü Online-Jobs, wähle auf deinem Telefon Schneller-Job oder drücke Vier-Eck-W während du einen Job auf der Karte im Pause-Menü ausgewählt hast. Wenn du einen Auslösebereich betrittst, kannst du dir aussuchen, ob du einem Job beitreten oder einen neuen Job holst. Mit Beitreten suchst du nach anderen Jobs der gleichen Art, bei denen du mitmachen kannst. Bei Hostner stellst du einen neuen Job. Spiegelisten sind Zusammenstellungen von Jobs, die einer nach dem anderen ausgelöst werden. Wenn Sieger ist der Spieler, der nach Abschluss aller Jobs die meisten Punkte hat, starte eine Spieleliste aus dem Menü Online. Bei einem Deathmatch trittst du im Team oder einzeln gegen Gegner an. Wer die meisten Kills erzielt, gewinnt. Bei Last Team Standing trittst du in einem Deathmatch gegen ein anderes Team an, aber jeder hat nur ein Leben. Benutze bei einem Job eigene Waffen und eigene Munition. Du kannst auf dem Wettbildschirm Munition kaufen. Neue Jobarten werden verfügbar, wenn du weiter in Grand Theft Auto Online vorankommst. Wenn du Jobs verlässt, bevor sie abgeschlossen sind oder andere Spieler beschimpfst, giltst du als Spielverderber. Bleibst du zu lange ein Spielverderber, kannst du nur noch mit anderen Spielverderbern spielen. Sei nett. Cypress Fetts, LTS, beitreten oder hosten? Ja, wir treten mal irgendwo bei. Deine letzte Chance, die schmuddeligen Straßen im Industriegebiet von Cypress Fetts aufzumischen, bevor die Immobilienhaie hier alle Fabriken zu Luxuslofts umbauen. Last Team Standing mit zwei Teams du hast nur ein Leben. Vergeute es nicht. die automotive Institut Topsal Behind-Bad nicht Party verd pretende ,